mit dabei ist der was ja irgendwie logisch ist bei den namen allein schon aber glaube manche manche brauchen diesen hinweis das sagt schon der name ich denke ich denke nein denkt keiner das denkt keiner weil das ist der kann jeder rein nein es kann man kann jetzt benutzen ja aber ich sehe es selber mit irgendwelche kombination geht ja ich weiß aber auch nicht mag auch mal oben zu spielen und was ist das eigentlich mein hals oder was das ist es wird das ist deine mutter keine ahnung ob das dein feld ist ob du dir da was umgewickelt hast keine ahnung das ist das feld seines bruder sogar noch mit blut das feld seines bruder sogar noch mit blut ja ich bin mal omega trupp team und deswegen weiß ich gar weiß ich gar nicht mehr wieder normal aussieht wie gesagt wenn ich spiele dann vergisst schon schnell wie das feld seines bruder gekriegt ich gehe blut ja dachte ich bin ich bin schon auf dem weg weil das brauche ich einfach weil er kriegt so schnell mana probleme jeder jungler fängt mittlerweile bei blu an außer der hat kein mana naja na ich fang eigentlich immer da wo die ähnliche sind wenn man da größere hilfe hat ah ja und danke dass du mal entlang gekommen bist ach kein problem der element ist lux der ist geil der fuck ist ja der ist richtig geil ich hab element ist lux ich werd ihn mir auch noch holen das sagen sie alle ja 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 ich glaub dir ja ich wurde auch nie gehackt ja ich auch noch nie vor allem wenn ich gehackt werden würde würde ich auf jeden fall sofort an den riot support schreiben natürlich die müssen doch riot support würdest du es mir machen weißt du warum weil weil ähm ich hab halt den ich hab recht viel rp geholt und deswegen allein schon deswegen wollen die das machen ja ich hab auch jeder account in den gepaid wurde machen die glaube ich außerdem stell dir mal vor du würdest ein spiel äh so ja stell dir mal vor du würdest ein spiel wie loil ich hab auch keiner mehr spielen und dann und dann und dann und dann nicht mal deinen äh die die spiel helfen das spiel wird auch keiner mehr spielen das muss weh tun das mach ich immer ich helfe ich helfe den junglern auch immer bei bei ich hab auch immer so so jetzt jetzt geht's jetzt geht's genug danke vor allem ist es mega krass weil ich dann gleich alle drei holen kann oh Gott ich hab wieder gar nicht zu passen 6 gut ist der akzeptabel der ist nein 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 alter der macht sich der fast run shot super ja ich weiss das ist halt level es ist halt ex early game damage ja aber der wird auch ich finde es soll auch mal wieder gebacken werden ach es gibt so einige die gebacken werden sollten ich weiß ja kann sein dass kario dich gesehen hat Rakan sollte gebackt werden, sowas ist nicht gedacht, ist egal. Sooo krank finde ich Rakan jetzt. Ja, also Rakan hat einfach... Weißt du, er hat einmal seine Spelzen und wenn seine Spelzen laufen, kann er nichts mehr. Ach, ich guck denken. Vor allem im Early. Wenn meine eh ready ist. Komm ich. Du kannst Rakan einfach so easy out playen, das ist einfach. Jetzt komm ich. Deswegen musst du auch bisschen gebackt werden. Das ist mir die Klingel. Ja, ne, ich krieg ihn nicht mehr. Hä? Ich bin auch weggegangen. Achso, vielleicht nicht schon. Ja, der explodiert ja irgendwann einfach so von alleine. Guck mal, ey, wusstest du... Na, er hat einen Red gemacht. Er war in seinem Red. Wusstest du, dass die Counter von Six Rains ist? Ja, ist ja klar. Haha, er konnte mich nicht ertecken. Vor allem Six ist einfach... Ich hab ne Kuh auf die Ränger gemacht und konnte mich nicht mehr ertecken. Gott, like Timo. I did Timo main. Main, 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 main. Main, main, main. Many of those. Gut, ich hab schon mal ein bisschen gecounter-jungled. Ein bisschen. Ein bisschen übertrieben, Leute. Das muss Rekos. Oh nein, jetzt geht mal in der West-Kotten. Ich brauche auch eins der neuen. Der macht den Tower fast nur uns schon. Ja, deswegen, wenn welche wir nicht den kriegen könnt. Dann hebe ich mir und du hast jetzt einfach mal mit dem neuen Hewalt hast du Barron Rücken. Nein, die haben ihren Ward. Dann würden die nicht so weit hinten bleiben. Wenn du den im Inventar hast. Die haben ihren Ward. Die sehen mich. Ich wollte eigentlich schon ein Video machen, aber hab sie keinen Bock. Sorry, Leute. Entschuldigung. Ich wusste einfach, dass der da rein springen würde. Das war so klar. Ja. Das ist typisch. Weil du weißt, der springt einfach einmal rein und denkt, dann wär's getan. Aber man kann das ja nicht mehr futschen. Kannst du auch. Du wartest einfach. Dieser Rainer-Lane. Der ist der dümmste. Der gankt einfach auch, wo ich ihn sehe. Der Flughafen soll ich den abholen, abnehmen? Lass nicht deine Lane im Stich. Nicht jetzt. Ja, pass auf. Der ist mega gefährlich. Der ist echt gefährlich. Der kann nicht so easy aus. Der kann... Vor allem, du darfst niemals eine Menge in den Jungle fallen. Er kann einfach in jedem Gebüsch sein. Ja, und er kann so oft springen. Er kann so oft springen. Jedes Mal, wenn er im Gebüsch ist. Und du eine bestimmte Reichweite zu ihm hast. Wow. Das hat... Digga, ich hasse den. Gott, Dodges. Ah, Mann. Die sollten unterm Tower Autodeck kassieren. Rengar. Schwöö. Das war... Hä? Rengar kommt. Rengar kommt. Ich gehe zurück. Er dreht wieder um. Aber gut, der hatte... Das ist halt so ein typischer Rengar. Rengar, der gut darauf geht zum oneshoppen. Ja, der wollte springen, das habe ich gesehen. Der wollte springen, aber ich habe gesehen, dass er mich nicht anspringen kann. Ich mache eine Kuh auf ihn und der kann mich attacken. Aber im Early-Game ist auch anspringen das Einzige, was Wenger kann. Ich weiß aber schon, krass, wenn anspringen da. Pass auf, den Q-Poke ist richtig krank. Ja, das ist aber typisch Wenger. Hat der auch schon bei mir gemacht, dass ich ihn einfach nicht. Vor allem, wenn er seine Gefähigkeiten aktiviert hat. Ja, ich kenne die Wenger-Counter, Q-Poke. Ich meinte Six-Cube, ich meinte Six-Cube. Wenn er nicht mit einer Q-Cut trifft, bist du tot. Ja. Und der kann mit der W-D-E-N-Tower kaputt machen, ne? Ich finde, es ist so overporn, deine... Das finde ich auch. Das macht den wie 500 Schaden oder so macht das. Nein, nein. Six-W-Zerstört den Tower, wenn er unter 25% des Leben ist, egal, wie viel der Tower noch hat. Das wird dann gar nicht mehr, da wird gar kein Schaden mehr angezeigt. Krank. Das ist, wenn du Six-Spielst und das Tower unter 25% des Leben ist, so neben dem Tower, so ein Symbol. Das ist ein Zeichen. Genau, und das ist halt das Zeichen, dass wenn du da im D-Plastierst, der Tower sofort kaputt geht. Das ist krank. Das soll unbedingt auch mal gebufft werden. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie, ich überlege mich, bei Cassix, möchte man die Ulti eigentlich nur haben, damit man die Xux entwickeln kann, oder? Ich keine Ahnung, ich kenne Cassix nicht. Oh, die haben schon wieder einen Ward. Ja, der ist gerade da, der ist gerade da rein. Der Six muss echt mal treffen, denn der schießt hinter mich, aber trefft mich einfach. Ja, aber sei froh. Der macht so viel Xux-Port. Komm, mach, schau, sie, der ist dumm, guck mal. Und der ist niemals, nein, seid immer zuvor, ich habe schon so oft gehabt, dass einer mit Absicht schlecht gespielt hat und dann am Ende so abzufassen. Weil du nachlässig bist. Weil du denkst, hier, ach, jeder Rekord des Six. Sonst hätte ich ihn jetzt noch gut gewohlt. Na, da ist er da. Das Laber, das Gelaber, das Gelaber, ich glaube, ich euch nicht aufmerksam. Na, ich kann jetzt nicht rein springen, ich bin zu low. Ja. Also vor allem erst recht nicht, wenn du recallst. Alleine mache ich das. Also ich bin nicht low, aber alleine mache ich das nicht. Galio kommt mit, Galio kommt mit. Ich bin weg. Aber egal. Ja, aber irgendwas muss forschen auch. Ich glaube, sie machen jetzt schon mit Push. Ich glaube, sie versuchen einfach im Early-Game komplett durchzupuschen, damit sie früh gewinnen und kein Late-Game von. Ja, hallo, die passieren. Weil Timo und Riffen Late-Game ist so krank. Nicht nur die beiden auch Gin. Ich weiß. Gin Lektor, die haben so auch Lux. Wir haben so Leute, die haben ein krankes Late-Game, deswegen müssen sie... Late-Game, die wird... Late-Game, die wird so weit wird, so weit ist, so weit ist der Kopf. Scheiße. Ich muss die Flaschen, warte, hier ist das. Was ist Galio eigentlich für eine Lange? Galio ist Support. Aber Galio macht viel zu viel Schaden, Junge. Hä, und was die MF? Die MF, keine Ahnung, die ist auch... Also erstes Galio Richtung Mitte und dann misspotschen direkt hinterher. Ich mache jetzt hier noch Grom und dann gehe ich weg. Ich glaube, da bin ich jung. Ey, ist Timo P.E. als SIG. Iiiiiiiiihm... SIG ist ein guter Counter gegen Timo. Und ich counter, und ich counter Wenger. Warum bleib ich das? Passiert der auf physischen Chart, der auf seine Angriffe basiert. Deswegen, sobald der anspringt, du brauchst nur deinen Kuhlern, der trifft dich nicht. Du brauchst den Kuhlern nicht mal zu landen, das ist ja ein Auto-Elm. Äh, du fällst ja schon asozial, Timo's Q, Blind und Q, Damage ist ja schon krank. Aber hast du dazu auch noch aufgemacht? Oh ja, und da noch Deathfirepatch. Weißt, was ich eigentlich baue? Runas, ähm, Lindusquall, ähm, Lichbane. Warum machst du kein Thunderlord? Das wäre viel stärker. Äh, 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 äh. Viel zu früh die Bombe gezündet, der gute Six. Ja, ja, wie knapp. Abil kommt schon knapp davon. Ja, also das war wirklich knapp. Äh, Riven fragt dich, ob sie rot haben kann. Warum nennt ihr ihn eigentlich rot, Junge? Der ist red. Ja, keine Ahnung. Also ja, auf Deutsch heißt das rot eigentlich. Aber ich finde, die sollten auch spezielle Namen kriegen. Außer Bumble, Bug und, äh, Sentinel. Wo Sentinel klingt richtig geil. Aber gut, aber gut, aber der Schaden von Galio ist auch verständlich, weil Galio macht mehr Schaden, ich kam zu spät. Galio macht ja auch mehr Schaden. Man, was ist denn das so ein Kart? Der sich, wie ist ein Bombo, sich zu spät. Also, mal erst der Reward, Galio ist vielleicht cool, aber der ist viel zu stark. Ja, und vor allem hat... Der ist viel zu stark, der ist scheiße. Der kann sich... Der hat, guck mal, der macht... Der hat einen Taunt. Der hat einen Knocker. Der hat... Der hat dazu, kann er sich selber Damage schüssen, der hat noch einen Knocker. Und der hat noch einen mega krassen Q-Poke. Was willst du mehr? Seht ihr, dass Wenger kommt, verschwindet wieder ins Gebüsch. Der will sowas von springen. Ähm, aber habt ihr das mitgekriegt mit Maokai, äh, Sek und, äh, Sejuani? Nee. Ja, hab ich schon gemeldet. Wäre die komplett neu gemacht worden. Nicht komplett. Ja, aber zum Beispiel 6Q, ne? Ja, ich kenn die. Ja, jetzt für Kornel, weil er nicht weiß. Na, ich kenn 6Q, Junge, ich hab jeden Champion, was der Problem? Nein, er hat volles Q. Achso, nee, den kann ich nicht. Ja, wenn der jetzt... Hey, Leute! Mach mal eine Frage, guck mal, der will Stahnebomben. Ja, ich komme. Hey, Rolf! Hallo! Ich komme! Ich komme! Sechs neues Q, der macht Q auf einen, hält ihn so fest, greift ein... Achso, geh doch raus! Gibt uns! Wehe, du witzig! Was, warum ist er nicht tot, alter? Ich hatte ihn eigentlich, der wäre eigentlich safe call tot, sorry. Ich dachte, meine Q würde zehn Damage mehr machen und wäre er nämlich tot gewesen. Ich wär nicht mehr gestritten. Ich baue auf jeden Fall mal Armor Boots. Schade, jetzt könnte ich meine Ulti-Blo brauchen. Ja, warte, wenn ich respawne, gehen wir alle zum Herold, ne? Ey, Leute, krieg ich Helm? Helm. Wenn er ein Ziel macht, ne? Hält er dieses fest. Und wenn er dann ein weiteres Ziel normal angreift, nimmt er beide und schlägt die aneinander. Alles klar! Ja, oder? Ja, erst mal. Das ist ein Ulti-Ult. Der springt nicht mehr Wallus umher. Der drückt sich platt auf dem Boden. Wird dadurch, kann dadurch nicht mehr ins Ziel genommen werden. Und kommt dann nach oben und jeder, der auf ihn steht, wird in eine Blase gefangen. Wisst ihr, was noch Opair ist? Stell mal vor, jeden Auto, also jeden zwei, also jeden, also die neue, also die Pässe für Timo, wäre das du. Wenn du, also wenn du 100% hast, machst du den Gegner mit einem Auto deckt, äh, mehr Damage und erblindest den. Ich finde schon, warum schreibt Riven, we can win, das ist uns bewusst, du stehst 6-1. Sie schreibt, ich soll ganken, weil sie ist eh feeded enough und dann krieg ich die Kills. Was ist ein Lücken? Was ist kein Lücken? Ah, ich... Dodges! Dodges Baby! Dodges Baby! Baby! Baby, don't hurt me! Don't hurt me! Da kommt jemand, da kommt jemand, da kommt jemand! Der ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Was? Timo ist OP! Timo ist OP! Ich mach den fast 1-1. Ich hab den Kammler von 6-5 geschehen. Nice, ich hab Riven gesaved und einen Kill gekriegt. Find ich ganz gut. Du, 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 du... Allgemein, ich mein, wieviel hat Riven jetzt schon getötet? Gar keinen. So wird der niemals... Vor allem Riven wird immer schwach bleiben, wenn er keinen... Wuuu, wie sieht der neue Harald vor allem aus? Ja, vor allem ist das eine Sie. Ey, nein, oh Gott, der war nicht SS. Also verschwundener Gegner signalisiert, wenn du das anstiegst. Doch, hat Lux, hat Lux. Lux hat signalisiert. Ja, aber das ist so scheiße, dass jetzt ein Chat kommt. Warum kommt das nicht auf dem Bildschirm? Ey Leute, alles safe spielen, ich hab keinen Bock. Steht da doch. Lux, äh, signalisiert Anime ja richtig. Also nicht im Chat, sondern auch hier oben auf dem Bildschirm, weil da achtig sind. Ich werde die Gegend ausspielen. Mann. Das ist ja geil. Scheiß passive. Ja, gut, aber... Ey Leute, alle richtig safe spielen, okay? Hier ist der Rengar. Ja, jetzt, jetzt hab ich der Lake mehr, jetzt ist der Lake schon weg. Na, kann man, es geht noch. Vor allem Riven hat ein krankes Rätchen, safe call. Und ich auch. Und je weiter die Vorstoßen, desto schwieriger wird es für die anzugreifen, weil die Türme sind immer näher beieinander. Mach die schon fast runter. Warum flash ich? Was? Eine sehr gute Frage. Die wollte ich fließe. Frag ich sogar Luke. Warte, ich muss helfen. Hier ist der Galio. Ich hab grad Rengar gefunden. Den hab ich doch gefunden mit meinem Pilz. Ja, aber du hast ihn nicht gesehen. Ich schon. Stark. Warte. Warte nicht, warte ich hab meine Blumen. Und dann geht es ihm. Ah, hier. Warte ich mich. Lass mich jetzt den. Warte. Ok, gut, also Knowles muss irgendwas tun. Ich spiegere eigentlich 준. Warte. Chance die Aktion sei. Ah, mir geht nochmal. Ich spiegere gar Gek start. Also mache ich dadurch всё六ぐ Euro. ja warte ich komme ich komme ich komme ich helfe euch ja das denn so warte ich wir haben die items ich habe ganz normal hier was gekauft ja ich kann man ja ich brauche ja nicht dafür dass auch hier ein wochen hier bevor er sich holt ja er hat ihn schon hat es egal er verliert den bonus nicht er verliert den bonus wenn er braucht ich weiß trotzdem ja trotzdem nicht wenn er nicht stirbt und nee der hat gardien verlaufen genau war auch nicht nett ich hab den bonus nicht verloren seht ihr wie wir jetzt schon die teamfights gewinnen vorsichtig ist der 6 genau da ist er ah wie lange hält das item in der warte ich glaube 20 minuten oder so hält das also 240 sekunden bruder war der bonus äh also wenn ich tot bin ich bin tot ich hab mir mal ein dings davon verloren ne das ist nicht schlimm die stacks verlieren es nicht schlimm ja und du kannst das auge ja jederzeit einsetzen also wenn du rechtzeitig keine sorge und wenn wir es schafft lebt vorher zu klären wir müssen die mid lane also wir müssen jetzt ein ass erzielen damit ich es einsetzen kann hä hat der neue harald einen neuen buff hä ja du hast was er bei mir ist es nicht geschehen er macht den power launch ja du kannst er nicht jetzt nix ja du kannst er nicht jetzt nix ja du kannst ja nicht jetzt nix pass auf und der macht einfach Turm rein Leider macht er das nur einmal und wenn ich das auch auf der Rückseite dann ja ja schon, dann müsste er jetzt wieder... ja er macht das jetzt wieder jetzt aber nicht zu viel damage für den ersten Mal Soll ich weh oder ulti leveln? Wie gesagt, ich kenne mich die Karte nicht aus Timo? Was? Weh oder ulti leveln? Ulti Ja, aber eigentlich würde ich auch sagen, immer ulti Der Herold hat mir richtig was gebracht Ich weiß, guter Stellung gelassen habt, dass es richtig startkommt Der Herold ist einfach OP Hier Leute, lass gleich mal Barry, lass gleich Drake und Early Game Guck mal, guck mal der Backput, der Backput ist neu Guck mal zu mir Guck mal Guck mal Umrando, das ist umrando Umrando, umrando Umrando Die haben, die haben neue, die haben das Spiel neu gemacht Zum Beispiel, wenn ihr mal Ziel macht Ja, mach ich warte Ach, scheiße Ich verrieg Das ist okay Lass Drake mal Ja, ich mach einfach das Spiel noch gesund Ja, ich mach nicht so lange den Krabbler Ich hab hier Aber eigentlich ist geil, wenn ich es richtig gekriegt habe, weil dann kannst du das halt spielen und so Den Scudler hat am eigentlichen Scudler zufried Wie das Spiel wurde neu gemacht? Ja, also die haben Die haben richtig viel damit Team jetzt voll gemacht Also es ist fast so zu sagen Also es ist fast so zu sagen Neues Update, was Klicks und tut ist sowas zum Beispiel Äh, zum Beispiel wie das Gratus F Also Gratus F Also Gratus F Update von Clash Royale Also von Kletter-Clash Es geht auf jeden Fall Ey Leute, hier ist Twix Ich komme Komm, ich komm, ich komm Tags Pass auf, lass mich ein bisschen vor, wenn die dich one-shotten Ja, hat doch ich sein Ultaktiv Also es wird auf jeden Fall Wenn ich im Gebüsch laufe, bin ich kurz unsichtbar Das heißt, ich kann anlaufen Guck, 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 guck Komm, komm, komm Komm, komm Ja, hier ist der Gallio gerade gebackportet Ich muss mal ein bisschen countered Erlebt 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 Hallo Hallo Ich bin gerade zu weit weg, um mich zu helfen Erlebt 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 Es wird so gut ankommen Das ist mein bestes Game Fast Ich hab noch ein besseres gemacht Lol, die haben sich gerade gegenseitig scheiße Wow Ist das knapp bei dir Das richtig will ich mir So, Rengar, kommt der zu dir oder zu mir? Der kommt zu mir Der kommt zu mir Der goldet, um mich anzusprechen Aber Lux hat ihn geq Während seiner ult Was? Also Lux macht ihre Rolle richtig gut Ich hab gerade geqed Und der Q-Damage ist einfach nicht reingekommen What the fuck? Ich hätt ja wenigstens noch nen Kühl mitnehmen können So, mach hier ein bisschen Pilz Äh Ihr müsst aufpassen, weil der Gallio wird richtig krass Der steht schon 2,4,3, das war nicht krass, aber Ja und der Guardian Angel Ja Was mit mir, Timo? Ich hab 3 3,4,7 Also die einzige bei uns im Team hier gut ist, ist Riven Also die ist die Anteil richtig krass Steht 17,2, was willst du? Ich glaub, wenn ich jetzt kein Tücher kommen Dann ist das auch bisschen guter Eier, du hättest denn gerade so Wer hättest du den gestiert, Junge? Das wäre schon ein bisschen unfair gewesen, oder? Hm? Hättest du den mit deiner Hättest du den gerade wirklich? Ah, meine Mauer Riff und ich komm Ja, warte, schick dir Ja, warte, schick dir Riff und ich sind einfach in diese Kombo Das ist mir doch zu viel Sie kann Sie kann so leicht Torsch Ja, aber wie ist das? Komm, er steht 5,2,5 Es lohnt sich mehr, wenn wir mich schmieden Aber Timo mal Oder? Ich schieb der Rengar Stopp gegen Ich bin doch tot Ich schwöre, warum Warum Ich geh beim Rengar Den Red holen Möchte jemand Red Hey Ich Ja, komm Hallo Es ist mein Team Gut Gut Job Hast du? Ja, habe ich Was ist denn das Team? Du bist doch alles okay Er hat die Top Wer will die Wave? Äh, bot lane Ja, aber ich mach den gleich wieder auch, ob man denkt, weil die soweit vorne sind Das ist dann die Top lane Ja, ja, ich weiß Man meint damit, man soll oben bei der Lane gucken Ja, also hol dich mal bitte da den Farm, weil wenn die, wenn die Minions da durchpushen, ist das auch nicht gut Mach ich bestimmt Irgendwie muss ich eigentlich Mana bauen Irgendwas mit Mana muss ich schon rein machen Glaub ich Ja, du kannst nicht Ja, guck mal Ja, guck mal Ich hab meinen Counter eigentlich Junge Ernsthaft Ich zerstör die Blumen, damit sie uns nicht halt so kommen können Ah ja, ähm, ein guter Beziehungsweise entkommen können Guck mal, ich kann was auch Das ist ein Trap, glaub ich Warum baue ich Warum baue ich Warum baue ich Und Guck, ich wusste, dass der Galio irgendwie da ist Ne, der braucht ja nur in der Nähe für sein Old sein Ja, aber mir war bewusst, dass der Ringer nicht einfach so rein geht Ne, der hat sich da ja nur die Blumen geholt Aber das war voll Die 291 AP Aber das war voll die Wasted Old Naja, es geht Hat ich gekillt Du bist ehrlich Hä? Äh, ich wurde gekillt bevor du Old kam Ah ja, bist du noch auf der Aufnahme Was? Ob du noch aufnimmst Ich nicht mehr Warum nicht? Weil Ich nehm' Ich nehm' Ich nehm' das gar nicht auf Warum denn das ist so geil gewesen? Das ist jetzt so richtig cool Nein, Junge, so krasses Game auch nicht Ich steh' grad mal 625 heute Wartet, ich kann mir helfen Ich kann mir helfen Ich warte Ich bin auch auf dem Weg Warte, meine E ist gleich Ist bald ready Müsst ihr drauf warten Ich bin auch auf dem Weg Warte, meine E. So knapp Wenn ich da kommen Da ist er Warum? Was? Ich hab geultet. Ich hatte einfach geflasht, ultet und shoot, aber es hat nichts gebracht. Guck mal, dass du ulti kannst, der mitwachst. Westmulti? Deine. Ich stürke das, ne Trap? Der Pilz war zu nah am Turm. Gut, ich hab bald. Ich weiß, es ist meine. Ich hol den Top-Lane-Tower. Ja, aber Doppel-Slow macht, glaub ich, keinen so krass. Ja, aber wenn ich mein W da hin auf Feuer. Scheiße, was halt. Obwohl, ich stehe zwar auch nicht so krass, aber... Das ist einfach richtig cool mit dem... Ey, Leute, bleibt mit, wir holen Baron. Ja, wir sollen beide Mitte bleiben. Timo, komm. Weil sonst sieht es zu krass nach Baron aus auch. Ja, wenn jetzt alle fünf weg sind, das ist zu auffällig. Wir haben da schon gut nachgedacht. Und kann, äh, mein Rengar-Ult. Der weiß ja, dass wir das sind. Was war das? Ich liebe Deathfire. Ey, ich kann Baron-Mann, ich krieg's hier. Ja, aber dafür können wir doch jetzt nicht. Die können da jetzt nicht aufhören, nur weil du keine Cracks kriegst. Ich hab mir grad die Wurl noch gesaved. Die Wurl-Junge, die wär fast gestorben. Es war mir voll egal, ob die Wurl-Wurl nicht. Und du hattest den Herald, also ich weiß nicht. Okay. Ja, bestimmt schon. Weil der Herald war schon krass für den. Weil wir hätten den auch auf der Botlane benutzen können. Oh, ich liebe Baron-Buff-Junge. Ja, der schöne Rückruf. Und einfach, der extra damage. Und ich hab 40 AP ohne irgendwas zu tun. Meine W skaliert, nämlich auf AP. Oui. Ja, wow, du bist ja auch auf AP. Warte. Äh, dauert 20 Sekunden. Ja, nice, MF ist geflasht. Perfekt, dann haben wir ihren Flash raus. Renga kommt. Der springt. Der springt. Ja, ich los. Warum kann ich... Ich krieg's nicht hinaufgespringen. Ich hab' mir so blöd. Und dadurch hab' ich hier zwei Buffs. Hehehehe. Echt Red und Blue? Stimmt, du hast... Du hast gekriegt, weil ich hatte Red oder so. Und der hatte Blue. Ja, dann hat's... Dann hat's... Dann hat's... Oh, ich hab' mich lieber in Sotten Stunt. Von Sinn. Äh... Sinn. Ja. Vor allem der ist so mies, wenn derjenige markiert ist und der gerade sehr beinahe ein Koppel dann erwischt. Dann erwischt ich ein Sinn. Ey, ey, äh, mach mal Bot Tower. Hol' die mal Bot Tower. Alter, die Luft soll sich mal ein bisschen Farm holen. Der hat sich den verdient. Der hat nur 14 Farming. Der hat nur 14 Farming. Weißt du, deren... Geil uns so abzahlen. Einfach fucking 88 Farm als Supporter. Nein, was ist das für ein Supporter? Die Farms nicht. Die Farms nicht. Die Farms nicht. Also die war ja grad hier, aber die hat... Ah, da war einer lohnt. Die hat die nächste Anhörung. Von daher... Ja, okay. Also die ist vollkommen Support. Ist ja auch okay. Ich meinte nur, weil es natürlich cool wäre, wenn man auch einen starken Look noch dabei hat. Ja. Aber das Gamegewicht ist sowieso so gut geglaubt. Ja, ich mein, man merkt schon, wie Probleme die jetzt kriegen. Und wir sind immer noch mit Game. Und wir können... Die können einfach... Die haben keine Drake und keine Barren-Controller. Ja, Barren ist weg, Drake ist weg, als nächstes kommt. Die kann das nicht mehr probieren. Was denn? Ja, lasst euch Elder dann machen, oder? Ja, vor allem... Wir haben... Wir haben... Wir... Die haben einen Drachen, wir zwei. Wir haben zweimal den Mountain. Selbst... Selbst... So oder so, der Elder lohnt sich für die nicht. Das bringt... Heilige Scheiße. Alter, ist das asozial, Junge. Ich hätte Reiner vorhin noch gekillt, aber wir haben... Wir haben zweimal Mountain, das heißt mehr Schaden an Türmen. Die waren halt einfach zu dritt gegen mich und ich habe Reiner trotzdem noch was gekillt. Was? Was? Was geht mit Rengar ab? Warum? Baut der... Wöffel 16. Und der 10, 8, 5. Der sich steht auf einmal positiv. Trotzdem. So wirklich gut ist denn... Was haben die denn mit Guardians gemacht? Wieso? Guardians... Geht auf einmal auf AD. Oh, scheiße. Da ist keine Magic Resistance mehr dabei. Hä? Nicht mehr? Nein! Warum haben wir uns vergessen jetzt mit dem F-Stort? Und es gibt 40 ADs. Das ist zwar eigentlich schön und gut, aber ich wollte eigentlich eher ein bisschen Defense einmal ein bisschen haben. Mal gucken, was ich mache. Der hatte von seiner Ult Null. Yo, really? Ja.